Moin Moin und damit Willkommen zu einer weiteren Ankündigung. Und zwar soll es heute gar nicht so sehr um mich gehen, sondern es geht um die DSA News. Und zwar suchen wir hier ein paar neue Redakteure bzw. Schreiberlinge, die Lust haben, gemeinsam mit uns bzw. all den anderen Schreiberlingen das Team so ein bisschen aufzufüllen. Was erwartet euch da? Ja, wenn ihr die News selber noch nicht kennt, dann könnt ihr euch die Seite erst einmal ansehen. Wir bringen verschiedenste Berichte um DSA herum, um das schwarze Auge herum, die wir dann aus den Weiten des Internets für die Community zusammentragen. Und wenn ihr uns dabei helfen wollt, dann könnt ihr euch einfach mal bei uns bewerben. Dazu dann einfach mal auf den Discord-Server von dem DSA-Forum joinen. Auch da kann ich euch den Link nochmal unten in die Beschreibung reintun. Und ja, meldet euch da dann am besten bei ZORNY, das ist der Admin, den einfach mal anschreiben und sagen, dass ihr auch gerne helfen würdet. Ja, und wenn ihr euch dann bei uns bewerbt, dann gibt es ein kleines Gespräch, wer ihr so seid, was ihr so für Erfahrungen habt. Das muss auch quasi gar keine Erfahrung sein. Ihr könnt auch einfach nur ein bisschen Zeit und Lernwillen mitbringen. Ich konnte das vorher auch nicht. Ja, und dann könnt ihr gemeinsam mit uns das Team so ein bisschen unterstützen. Wie gesagt, so einzelne Artikel schreiben, ein paar Links zusammentragen, ob das dann eine Webwatch ist, wo wir dann ganz viel gesammelt zusammentragen. Oder wir schauen mal hier in den Artikel rein. Und zwar hat Angor von Angors.de-Reblick hier, ja, Aventuria rezensiert. Und das Ganze wurde geschrieben von Fenja, also jemand aus unserem Team. Und Fenja hat dann hier diese, ja, fünf Zeilen, sechs Zeilen und das Zitat zusammengetragen. Und, ja, so wird dann dieser Artikel nach und nach dann reingestellt. Wir legen hier unten noch ein paar, ja, Feeds an, damit man das eben auch findet. Verwalten so ein bisschen die Kommentare. Und das ist so ganz grob das, was euch da erwartet. Also ein bisschen Kreativität, ein bisschen Zeit mitbringen. Und dann, ja, könnte das sicherlich was werden. Einfach mal vorbeischauen, einfach mal bei Zorni melden. Und damit beende ich auch diese Ankündigung. Ich hoffe, wir finden so noch ein paar Mitarbeiter, die Zeit und Lust haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.